Was macht dich glücklich? Mich macht glücklich, dass ich im Sommer auf den Feldern spazieren kann, Blumen pflücken kann, mit Freunden grillen kann, im Winter drin mit dem Kakao sitzen kann, ein tolles Studium gefunden habe und jetzt auf dem Barcamp bin. Und da bin ich glücklich. Ich bin glücklich, dass ich nur ein kurzer Moment sein kann. Ich denke, dass es wichtig ist, dass ich mich glücklich bin und glücklich bin. Freude. Freude und viele verschiedene Dinge. Nicht unbedingt materiell, aber oft. Für mich ist es ein Ziel. Für mich ist es ein Ziel. Und nur ein kleiner Projekt, selbst nicht excepterlich, aber auch zu wissen, dass ich dieses Projekt und das Projekt versuche, dass ich mich glücklich bin. Für mich ist es wichtig, um Dinge zu erschaffen, neue Dinge zu kreieren und meine eigenen Projekte umzusetzen und mich selbst zu verwirklichen. Ich bin glücklich, dass ich mich glücklich bin. Wenn ich französische Filme oder französische Musik sehe, dann fühle ich mich total glücklich. Ich bin einfach in dieses Land verliebt. Das ist ein Ziel. Das ist ein Ziel. Ich bin glücklich, dass ich mich glücklich bin. Ich bin glücklich, dass ich gerade gegessen habe. Und ich bin super glücklich. Und ich bin sehr glücklich. Und es macht mich viel glücklich. Und es macht mich viel glücklich, wenn man das auch noch teilen kann mit vielen Leuten. Ich bin sehr glücklich, weil ich bin eine gute Filiere, meine guten Studien, meine Freunde, alles funktioniert gut mit meiner Familie. Ich bin sehr glücklich, ich bin sehr glücklich.